okay heute haben wir mal etwas ganz 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 besonderes vor freunde und zwar einen kleinen minecraft manhunt mit zuschauern bzw gegen zuschauern ich gehe gleich auf den server drauf kriege zehn minuten vorsprung und dann werden mich fünf leute von euch handen ich schicke euch gleich die server ip in den chat dann könnt ihr einfach auf den server drauf joinen der gute matthias zusieht dann fünf leute raus die nach zehn minuten dazu join und ja ihr habt jederzeit einen kompass der in die richtige richtung zeigt also zu mir führt war das grammatikalisch richtig ich weiß es nicht mit dem ihr auf jeden fall zu mir kommt der in meine richtung zeigt bis ich im nether bin ganz wichtig sobald ich im nether bin funktioniert der kompass leider nicht mehr dann werden allerdings die koordinaten von meinem nether portal in den chat geschrieben okay das heißt eigentlich ziemlich einfach für euch mich zu finden ja ihr wisst die ganze zeit in welche richtung wir rennen müssen um mich zu killen und ich versuche minecraft durchzuspielen was was werden kann weil ich sterbe schon so mal beim normalen minecraft durchspielen ohne challenge aber naja das war der minecraft manhunt danke fürs zusehen wir sehen uns morgen um 15 uhr wieder tschau all right jetzt bin ich ready let's go timer resume ab jetzt habe ich zehn minuten zeit matthias meinte dass der timer echt hässlich ist keine sorge matthias ist okay kann man machen auf jeden fall der schon echt ugly aber passt ich habe mich erst gefragt wie er meint also was damit meint dass der timer hässlich ist weil wie kann man den timer hässlich machen ja also falls das ganze tages challenge wird dann haben wir auf jeden fall genug slots da unten drin so gesehen so während ich jetzt versuche mich zu oder während ich mich jetzt equippe sucht matthias sich zehn nicht zehn lol fünf leute raus die mich gleich handen werden und ja ich würde sagen ich chill in der zeit gibt es eigentlich eine border ne ne ich glaube die welt ist unendlich groß ist natürlich schon heftig wir nehmen erst mal stein mit und dorf ist da hinten einfach okay op start für mich das schaffe ich easy ich mache euch alle kaputt aber ich werde trotzdem verlieren aber mal gucken ich habe vor allem noch acht minuten das ist ja einfach wow zwei brote dann nehme ich deren ganzen weizen mit weil ich weiß nicht ob die hier irgendwo so weizen rumstehen haben und ich habe angst dass es hier keins gibt deswegen baue ich einfach mal alles ab ich habe so lange kein minecraft mehr durchgespielt ich bin nervös ich habe mich leider null informiert ich habe mir noch nie in meinem leben einen minecraft manhunt angeguckt das wäre vielleicht praktisch gewesen ähm golem ich wollte ich gerade killen egal ich glaube ich kann das von hier aus machen oder stellt euch vor ich sterbe jetzt einfach ich sterbe jetzt vorher einfach so so genau ich habe vorher noch nie meine man hat angeguckt ich weiß nicht was smart ist was ich in welcher reihenfolge machen sollte ich brauche denke ich mir auf jeden fall gleich einfach ein schwert denke ich damit ich irgendwie gute chancen wegzukommen melonen sind jetzt nicht das beste aber ich nehme die trotzdem mal mit weil ja die bringen mir nicht so viel was essen angeht aber irgendwas muss ich ja haben ich glaube ich weiste hier gerade richtig zeit ich habe schon nur noch ich bin viel zu nah am spawn wird mir gerade klar ich habe noch kein schwert ich habe keine rüstung ich sterbe doch instant wenn die leute jetzt drauf schon ich habe nur noch fünf minuten und ich brauche also die haben ja einen kompass die wissen direkt wo ich bin ich brauche als safe erstmal eisenstaff und enderman yo alter als ob eine ender perle wäre halt op stellt euch vor ich muss irgendwann abhauen dann habe ich einfach eine ender perle okay damit keine gedroppt also da ist noch einer moin ich liebe dich warte so ich liebe dich so sehr dass ich dich killen möchte ich habe zum fressen gern gibt mir eine ender perle bitte nein als ob moin creeper shit zwei minuten zwei minuten ich muss hier raus aber mein eisen muss noch zu ende braten der timer stehen geblieben crash der server äh äh ich glaube ich habe gewonnen nice ja der server ist gecrasht weil ich zu gut war ich wollte nur eine sache machen ich wollte nur einmal guten content bringen und nicht nur minigames spielen und dann sowas okay ja kann man nichts machen ne ja eigentlich geht das ja auch voll klar aber ich denke mir gleich bitte nicht der tag hat so gut angefangen gutes wetter okay ich bin morgen nicht aus dem bett gekommen aber trotzdem ich habe lange zum aufstehen gebraucht aber ansonsten lief alles gut und jetzt sowas dann will man einmal minecraft durchspielen okay also planänderung wir müssen das ganze jetzt auf dem guten johnson server machen danke fürs bereitstellen und ja wir haben jetzt die hunter und ich muss noch mal von vorne anfangen das ist ein bisschen sad aber da ist einfach ein dorf wie op ist das denn es geht direkt los es geht direkt los ich hätte nicht direkt starten soll okay also wie ich würde sagen wir können uns darf beginnt ich kann ja nicht abbauen ich kann nicht abbauen und alle sterben gerade was passiert wieso sterben alle egal wir gehen mal zum dorf was johnson da hat er hat irgendeinen datapack drauf wodurch die random loo table guck mal wenn ich holz abbaue nice note drei netherite blöcke let's go cool 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 was kriegen wir noch was wenn ich das hier abbaue nein ist schon mal schuhe ach man ich will nur minecraft durchspielen leute jetzt geht es oder was warte mal funktioniert es jetzt doch hey jetzt geht es okay jetzt geht jetzt geht es weird was mache ich denn mit dem ok das klärt was ich mit dem stuff mache jetzt geht es weiter jetzt habe ich aber schon zwei minuten weniger halt das gefällt mir nicht wenn euch das video bis jetzt gefällt dann lasst doch gerne mal ein like da denkt auch gerne darüber nach ein kostenloses abo dazulassen kostet wie gesagt nichts nur ein paar sekunden eurer zeit so zwei ungefähr und ist für mich ein riesen support selbst wenn ihr denkt dass ihr abonniert habt schaut gerne mal unten nach manchmal löscht youtube die abos einfach wieder keine ahnung warum und ja wie gesagt riesen support danke bitte drop mir wieder viel eisen gerade aber ich vier bekommen gibt mir wieder vier drei crash bitte gib mir ein flint jetzt endlich mal ich krieg kein flint es gibt einfach kein flint hier das ist minecraft aber es gibt kein flint das kann doch nicht sein deshalb braucht man eine schaufel aber braucht man eigentlich nicht da endlich okay beim ersten try wo dann der server gecrasht ist war ich leider viel weiter jetzt schon oh hier ist so ein ruhen portal als ob aber ohne ja alles klar panda erschreckt mich halt noch mehr aber ohne chest oder annie da ist die chest gold helm gold schuhe fire charge jetzt habe ich schon mal flinten stil das ganz gut wo ist das eine richtige höhle bestimmt eine sackgasse ich sag's euch toll das waste jetzt einfach nur meine zeit das ist wirklich eine sackgasse bevor ich an einem monster sterbe wo ist mein eisen muss ich hab's gesehen ich war nur blind ich sterbe gleich an normalen monstern leute okay wenigstens schon mal ein schild und aua und ein schwert okay die hunter sind jetzt auf jeden fall frei und ich habe absolut nichts ich habe ein schwert und ein schild und halt so minimal gold rüstung aber ich finde absolut keine höhle das ist so dumm okay kommen wieso nicht ich kann mich straight runter dadurch ist es ja auch noch schwieriger für dich für die mich zu finden weil die haben keinen höhleneingang stell dich vor ich falle jetzt in lava und sterbt daran das ist ja so es stimmt so komme ich schwerer wieder raus aber ich habe die hoffnung dass wir eine höhle finden jawohl okay seht ihr genau das hatte ich vor einfach immer ist direkt hier aber ich weiß ja nicht ob traden so meine option ist ist halt auch ein bisschen schwierig zu trainieren wenn einem dann halt oder wenn hier die mich jetzt wenn ich jetzt hier finden während ich mein portal gehe ich bin ich tot da fliege doch instant in die lava rein oder nicht portal ist schon mal fertig leute bis jetzt wurde ich auch nicht entdeckt alles entspannt noch ja mach ruhig glowing an dass die leute mich durchgehend sehen auch durch blöcke kommen wieso nicht bei dem op start den ich habe dann haben die leute eine bessere chance okay let's go in the nether wieder meinem hasbium aber so dass ich direkt hier rauskomme und direkt gold sogar besser kann sich laufen eigentlich leute wo seid ihr denn ich sehe euch ja nicht mal was für ein einfacher run hier das video dazu wird auch heißen minecraft manhunt of wish bestellt war sowieso der plan jetzt wo die server gecrashed sind passt es ja noch besser okay zwei leute sind schon im nether aber nur zwei okay aber dann kann ich die ja fast schon suchen aber nee nee das ist gut das ist gut das heißt sie sind ein bisschen gesplittet okay wir können traden aber ich muss erst erschweinkeln aber so dass ich nicht aus Versehen den typen hätte nein er ist da rein gerannt shit ich sterbe jetzt darf ich wegrennen mann ansonsten kill mich jetzt die viecher hier was für nen trash okay warte mal oder sind zu viele sind zu viele ich kann nicht mit den traden die werden mich nie wieder mögen ich muss wegrennen jetzt auch mann alter was rennt er auch da rein was für ein dreck ich bin tot glaube ich ich komme nicht weg ich sterbe jetzt an denen man das kann doch nicht sein ich kann doch nicht regenerieren okay okay wir sind safe glaube ich glaube ich bin doch safe hauptsache es kommt kein hand oh shit nein nein was niemals als ob ich so gestorben bin jung ist das dein scheiß ernst mann nur weil der da rein gerannt ist ja one hit war ich ne all die ganze anstrengungen für sowas der ganze struggle am anfang server crash dich eine stunde lang funktioniert nichts und dann das vor allem in dem moment hauptsache jetzt kommt kein hunter oh fuck ja perfekt das timing halt ne perfekt das timing wir machen einfach einen neuen try aber damit den gleichen hunter das war ja nichts versuch nummer zwei jetzt geht's ab zehn minuten vorsprung wir haben ein trashiges dorf in diesen dörfern gibt es doch nie heuballen oder das heißt wir haben nachher ein richtiges essensproblem ah junge da unten ist ein lavasee ich gehe instant wieder in den nether ist mir komplett egal ich hatte zwar gerade besseren stuff aber wenn juckt es hier ist gar kein lavasee hier muss doch irgendwo ein lavasee sein oder nicht jawohl okay hier ist ein lavasee perfekt ich darf nur nicht das portal gießen verkacken let's go hauptsache ist jemand gestorben woran du lebst echt am limit hauptsache am portal bleiben ja die sind noch locker alle relativ weit weg oder nicht ich kann auch easy hier chillen ich will ja auch mal wen sehen so ne ich will auch mal action haben hier sonst ist es ja ein langweiliges video nachher es passiert ja nichts wo seiten ja alle leute ich habe eine idee ich habe eine idee ich gehe noch mal zurück zum portal passt auf wenn das klappt ne und nein als ob da keine lava drunter ist ich darf nicht sterben ich bin gerade auf der beine falle zu bauen ich sterbe ich kann gegen die erste sterben okay dann haben wir ja mein gott okay der stream ist vorbei der stream ist vorbei warum bin ich so dumm junger warum bin ich so dumm alter wie kann man denn so dumm sein in seinem leben der habe heftige hits gegeben habe ich nicht gerechnet man ja guter manhunt auf jeden fall lief ganz gut würde ich sagen ich werde jetzt ultra zeltet ich lache noch aber gleich wenn der stream aus ist lege ich mich in mein bett und stehen nie wieder auf ich sag's euch dann war es das für immer dann bleibe ich einfach nur liegen ja kurz danach habe ich eventuell tatsächlich den stream beendet weil ich einfach nur komplett frustriert davon war wie alles gelaufen erst erst mit den ganzen server crashes und dann ja die beiden peinlichen runden auf jeden fall aber naja ich bin dann runter gegangen habe ein stück schokolade gegessen ein bisschen wasser getrunken und nach fünf minuten den stream dann wieder angemacht um noch ein paar andere sachen zu machen war also nur ein kleiner rage ein kleiner rage quid passiert jedem mal würde ich sagen oder aber naja wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch gerne mal ein like da auch gern kostenloses abo und die glocke aktivieren um nichts dazu verpassen und falls ihr weitere coole videos sehen wollt dann schaut doch auch gerne mal hier vorbei freunde wow denn da findet ihr mein allerletztes minecraft video ist auch sehr sehr cool geworden da habe ich eine zuschauer challenge gespielt also auch versucht minecraft durchzuspielen und jedes mal wenn ich gegessen habe habe ich einen random effekt bekommen sehr sehr nice das ganze also schaut sehr gerne hier vorbei ich bin jetzt erstmal weg